Hier sehen Sie den GEX 125-150 AVE Professional, den ersten Exzenterschleifer mit effektiver Vibrationsdämpfung. Kennen Sie das auch? Kribbeln in den Händen vor allem nach längeren Schleifarbeiten? Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Bei diesem neuen Exzenterschleifer sorgt die vollständige Entkopplung der Antriebseinheit von der äußeren Gehäuseschale für geringste Vibrationen. Auch im Dauereinsatz. Zum nahezu staubfreien Arbeiten können Sie zwischen Staubbox und Schlauch wählen. Außerdem garantiert die vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit einen gleichmäßigen Anpressdruck für beste Oberflächenergebnisse. Die wahlweise Verwendung von 150 mm oder 125 mm Schleiftellerdurchmessern auf demselben Exzenterschleifer ermöglicht Flexibilität für jeden Anwendungsbereich. Zusätzlich erhalten Sie in der L-Box einen 150 mm Teller mit 8 plus 1 Lochgeometrie. Somit können Sie auch Schleifpapier anderer Hersteller verwenden. Überzeugen Sie sich selbst vom GEX 125 150 AVE Professional. Geringste Vibrationen, kein Handkribbeln mehr. Jetzt neu in der praktischen und einzigartigen L-Box. Dann kann ich auch so sein. für am meisten. de soll also in 1 n toutes 40 reform厲害 Más植. und diese Anwendungsfarmer aus dem Weibrationen das Schleife, aus dem Bereich gestern verd آttlicheninterest und von der Reste verletzten. Untertitelung des ZDF, 2020